Der ganz anders daran geht, der mit Energie arbeitet und der Hunde wirklich versteht. Herzlich Willkommen Alfredo, komm mal auf die Bühne. Hallo, wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren. Ich bin Alfredo Diaz, der Hunde-Könner. Hallo Alfredo. Ja, du bist heute hier im Hansa-Viertel. Du willst uns ein bisschen was Besonderes zeigen. Wir hatten schon viel Musik, wir hatten schon ein tolles Programm, aber jetzt geht es doch noch ein bisschen mehr um was anderes, um Energie, sagtest du eben. Genau, also es gibt auch Leute beziehungsweise Hundetrainer, die arbeiten mit Klicker. Andere Menschen arbeiten mit Flaschen Wasser. Ich benutze eigentlich nur die Flaschen Wasser zum Unterzuschlucken, wenn ich es tue habe. Ich arbeite mit Energie. Das ist heute und hier eine relativ schwierige Aufgabe, weil auf der Bühne Energie ist schwer. Ich wäre aber Mühe gegeben, dass ihr alle oder beziehungsweise die Leute, die Hundebesitzer und die Publikum kriegen können, was bedeutet, arbeitet mit Energie. Das ist nicht anders als die positive Energie bei den Hunden. Ich weiß, dass es ein bisschen verrückt klingt, aber alle, die mich kennen, und es sind ein paar hier in Gräben und Umgebung, die würden mich auch mit jemandem vergleichen, die ich nicht sagen darf. Bin ich aber nicht. Ich bin Alfredo Diaz. Und ich werde euch versuchen, zu zeigen, was Arbeit mit Energie ist. Und ich werde euch versuchen, zu zeigen, was Arbeit mit Energie ist. Und ich werde euch versuchen, zu zeigen, was Arbeit mit Energie ist. Und ich werde euch versuchen, zu zeigen, was Arbeit mit Energie ist. Vielen Dank.